Hallo. Hallo. Anima. Ja. Erzähl mir mal, was du sonst so machst. Ich bin Anima, ich bin 17 Jahre alt, wohne seit einem Jahr in Köln. Ursprünglich komme ich eigentlich aus Siegen. Und deine Eltern? Die kommen aus dem Kongo. Kongo, ja? Genau. Ich bin jetzt noch in die Oberstufe, halt Abi. Und was willst du für uns singen? Ich wollte mit Taylor von Beyoncé anfangen. Mit Taylor. Da kann man ja anfangen. Ja. Was machst du sonst so? Gehst du viel Party schon oder noch nicht so? Ab und zu, aber in letzter Zeit eigentlich nicht so. Tanzen so? Was ist mit Tanzen? Bisschen. 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 Bisschen, sagt sie. Okay. Bisschen, sagt sie. Bisschen, sagt sie. Bisschen, sagt sie. T Untertitelung. Ohhhh! Becker! I've been awakened Every rule I had you breaking It's the risk that I'm taking I ain't never gonna shut you out Every way I'm looking out I'm surrounded by your embrace Baby I can see your halo You know you're my saving grace You're everything I need and more It's written all over your face Baby I can see your halo Pray it won't fade away I can see your halo 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 You feel like a ray of sight Burning through my darkest night You're the only one that I want Think I'm addicted to you now I swear I'll never fall again But this story don't feel like falling Gravity can't begin To pull me back to the ground again What? Hey! Das war zu krass! Danke! Ich muss erst mal ein bisschen klarkommen gerade Oh wow, wow! Wirklich! Sehr, sehr starke Leistung! Alle den gleichen Gedanken gerade Sehr, sehr starke Leistung! Du bist genau richtig hier! Danke! Ja, schön! Also da hast du ein paar... Also deine Stärken sind ganz klar oben Als das so losging, hab ich so gedacht Hu 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 Weißt du, weil wenn's so tief ist Da merkt man eben, da hast du zu kämpfen Aber du hast ein paar Phrasierungen da oben rausgehauen Die waren wirklich schön Dankeschön! Das hat mir sehr gut gefallen Du bist ein hübsches Mädchen Danke! Alles super! Dankeschön! Bei dir passt einfach alles von vorne bis hinten, ja? Optisch, Verhalten, wie du dich gibst Deine Natürlichkeit Irgendwie bist du irgendwie so ganz bodenständig Und dann haust du sowas raus Ist natürlich das Beste, was für uns passieren konnte Das ist halt wirklich, wirklich toll Und du bist auch einmal ein Kandidat, der zu uns Kontakt aufbaut Du warst so richtig, wir waren alle so mit dir Hammer, wirklich wunderschön Glückwunsch, echt toll Glückwunsch auch an deine Eltern Die haben einen guten Job gemacht Man spürt, dass die Erziehung so bei dir gefruchtet hat Also vom Gesang her Wenn ich noch eine goldene da unten hätte Würde ich die dir jetzt geben auf jeden Fall Also ganz, ganz toll Vielen Dank Ja, viermal ja Dankeschön Vielen Dank Bitteschön Tschüss Tschüss Und willkommen im Recall Der gelbe Zettel sagt alles Da sind Geschrei und Knuddeln ein Muss Haloo 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 Recall Haloo Haloo Untertitelung des ZDF, 2020